Die Menschenrechte haben sich in Reaktion auf zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, Aufstieg des Faschismus bis hin zum Holocaust als ein wesentlicher Pfeiler einer neuen Weltordnung herausgebildet und sind bis zum Ende des 20. Jahrhunderts als das einzig universell anerkannte Wertesystem der Gegenwart anerkannt worden von allen Staaten der Welt. Im 21. Jahrhundert sind sie leider ein bisschen unter Beschuss geraten und wir müssen uns völlig neuen globalen Herausforderungen stellen, wie Klimawandel, wachsende ökonomische Ungleichheit und so weiter und das geht nur über die Menschenrechte. Das heißt, ich freue mich sehr auf den Leuchtpunkt-Talk mit Julia Steinberger am 7. November im Loreley-Saal, wo wir über alle möglichen Fragen, die die Menschenrechte weltweit betreffen, diskutieren werden.